Herr Heinemann, Sie haben einen Shuttle-Service, haben Sie erzählt. Genau. Wie funktioniert das? Ja, das ist ganz einfach. Der Kunde, der jetzt Bedarf hat, sein Fahrrad reparieren zu lassen, dem holen wir das Fahrrad ab. Von zu Hause? Egal wo? Von zu Hause? Na gut, wir sagen zehn Kilometer Umkreis holen wir das kostenlos ab, das Fahrrad. Wir bringen es hier in der Reparatur. Falls der Kunde ein Fahrrad benötigt, bekommt er ein Leihrad. Und wenn die Reparatur durchgeführt ist, bringen wir es wieder nach Hause. Und ist das Leihrad kostenpflichtig? Das Leihrad ist kostenfrei und die Kunden sind begeistert. Ich auch. Viele wissen gar nicht, wie sie ihr schweres E-Bike denn transportieren können und somit bringen wir es. Was wiegt denn so ein E-Bike? Leider immer noch zu viel. Es wiegt so um die 22 Kilo. 22 Kilo. Also nutzt den Service von Marco Bike. Er holt es ab.